Und wieder zurück, stecke ich nur die Hürste draußen und vor, zwei, drei, zurück, eins, zwei, drei, stopp, auf die Lüserienseite gehen und zwar an der rechten Schulter vorbei, gehen auf die Lüserienseite, da steht dann die Erd in einer Kolonne und wird dann genauso hier. Fahre zu bieten, oben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, stopp, einer ist davor, fünf, sechs, schreck rechts, vor, eins, zwei, drei, zurück, eins, zwei, Eigerbahnplatz, andere rechten Schultern vorbeigehen, rechte Hand zu der Beine, und wieder zurück, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, stopp, die Zustände kommen jetzt gleich, vor, eins, zwei, drei, zurück, rechts, vor, zwei, drei, zurück, die Schultern, bis 1, 2, 3, schon recht rechts vor 2, 3, zurück. Wieso gibt das aber echt die Schulterverkehr? Und wieder schon recht rechts vor 2, 3, zurück. Einer Platz. Rechte Hand, kurde Bär, und 1, 2, 3, 4. Rechte Hand, kurde Bär.